hallo leute und willkommen zurück zu einer weiteren folge des blieben die drive und guckt mal welche mod zurück ist die mod die die ganzen verschiedenen varianten zum etk 800 hinzufügt dass wir jetzt auch ganz normale limousinen varianten haben und coupés und so weiter und kadrios dies zurück finde ich voll geil ich mache die mod danke an uns an alle auf instagram die mich darauf hingewiesen haben link ist natürlich wie immer unten in der video beschreibung und ja wollen wir gar nicht und gar nicht lange drum herum reden wollen wir den mal fahren okay schalten ah ah wie wenn ich weiß gar nicht wie es schalten so ok danke wollen wir mal ein bisschen losfahren hier au 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 das war praktisch guter start guter start wunderbar so ich zeige euch aber mal kurz die ganzen varianten die es gibt die tötete also wie sieht es gibt es hier ganz normalen limousinen varianten zusätzlich wir haben cabrio wir haben kopie varianten sollten wir haben glaube ich auch waren das kopie war ja dabei also aus aus cabrio da normale kopie wir gehen haben zum beispiel 836 tt sport variante und wir haben aber effektiv m3 und so weiter also für mich geil für mich das ist neu oder wenn ich immer mal skalotte damit nämlich mal 8 manuell schatten und egal wenn es mal erschöpft und so das ist es so ein grand kopie oder wie auch immer die ihre hässlichen variant nehmen ja oder aber es wollte ja na komm da haben wir sind falsche seite alle gleich alles na komm jetzt rede ich einmal rum stelle ich nicht so an besser ab von der seite besser wunderbar unsere unsere die war dreckig die lache auf die war dreckig okay damit nehmen wir mal die sportlichen meinen oder nehmen wir uns mal die m3 variante auf die wollen natürlich die waren tt sport plus weil plus ist noch mal krasser aber es ist kein ausgeschriebenes plus genau die war auch allrad hier glaube ich oh ja ja die war er hat die unterstellt das heißt dann muss man ein bisschen arbeit um es raus zu kriegen also weil wir es raus haben dann jetzt sind wir es mal wieder auf den das für zeit mehr weil ich dachte mir ich bin ja noch mal wieder ganz lustig so rum okay wollen wir mal zu den rennstrecken gehen weil da kann man ziemlich geil crashen und die frage ist wo geht es zu den rennstrecken das ist eine gute frage ich habe ganz fehlen nicht okay nee nee das ist nicht wo ich hinwollte alle dürfte der nicht gute dürfte dann haben wir wenigstens noch fangen können sind welche richtung gibt es den rennstrecken mal hier links geile variante ja ja auf jeden fall das ist nicht nur must have mod aber sehr nah dran also ganz kurz die nicht neuen wagen hinzufügen sondern varianten da ist das wahrscheinlich so mit die beste mod finde ich und bin ich froh dass sie zurück ist weil die hatten wir vor zwei jahren etwa drei jahren vielleicht sogar und die habe ich super gern benutzt und ja ist einfach schön die wieder zurück zu haben wie gesagt absolut geile mod und ich mag den kommen ich finde geil dass wir die kommenden vom etk haben aber nur ab und zu wenn man so ein bisschen bisschen abwechslung haben kann man immer mal die ganz anders sind das haben keine keine kennzeichen vorne aus so einem grund immer hier mal die convertible variant da können wir natürlich leider nicht hoch und runter machen das dach es gab mal eine botte kommt da ging das ist nämlich jetzt mal eine der ersten glaube ich das war die cadillac martin das war 54 cadillac so ja das ist definitiv das auf dem man den fahren würde aber der arme ethiker so kick crashen würde ich mal nehme dich mal hier mit den felsen mit und versuche nicht in überschlag zu bringen bisschen weiter rüber lenken ja kann der überschlag okay das weiß ich wenn ich zu spät zurück 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 danke so losfahren gas 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 los noch mal einen krasseren sprung oder keine absolut querfalt einfahren und gucken wie das ausgeht das war alle haben dass wir nicht gut ausgehen können wir wieder etwas schon rad verloren hinten das hängt nicht so gut auf nehmen wir aber mal die wand wollen wir einfach ganz klassisch gegen die wand krachen oder und da finden wir am besten unserer war unser lager aus dem ich mache es gut gemacht wunderbar so rum okay ein kleiner drift noch ein ja das war zu früh ok und los geht's jetzt sind dieses gegen das häusler dagegen schützen oder sind aber so viele sachen davor das wird der schwere gegen zu schützen okay so wie stabil ist wie stabil ist das dach das wundere ich mich gerade so dass die sache ist es wird jetzt nicht so einfach sein den gut zu drehen wobei doch wird es nur festhalten und ruhig die moment loslassen schöne sehr knappe angelegenheit also da ist gerade so gerade so glaube ich der beifahrer ist aber aufgeknallt wahrscheinlich mit dem kopf gegen den richtigen auf den asphalt aufgeknallt das macht immer spaß kinder attraktion nummer eins habe ich gehört frei bei diesem land war morgen die ich rüber zu machen welche sie sich die gewohnheit von mir was denken haben wir eigentlich eine zweitürer polizei variante oder nicht dann immer die td sport die normale ohne plus die reguliere die leid variante ist das ok war es sieht aber auch einfach ganz gut aus oder also hier das sieht ein bisschen komisch aus ganz ganz bisschen position ist minima falsch aber das ist okay das hat so eine geile mod also schön schön die wieder zu haben warum ich habe echt absolut probleme mit der man kann ich kann ich nicht kann ich jedoch bestimmt kis bauen oder mal schauen kann ich jetzt kis bauen auf der map und die dann weg haben das will ich mal sehen das wäre doch ganz cool ich weiß noch nicht ob ich kriere auf dem herum fährt werden es in wenigen sekunden herausfinden mal schauen mal schauen und da dachte ich werde jetzt ein komplett weiße marshall ist auch ganz interessant so wenn man auf krasches machen auto zu auto und da schon mal schön die seite rein noch mal nicht so heftig also wenn wir weitermachen wobei die für gut flüge sind ordentlich schrott so wenn ich halte ich in ihrer macht aber nicht mal kurz weg haben aber das macht sie nichts aus jetzt steckt man fest oder wie er ist gut so dass sie immer die böse der leiden hallo grand marshal wir fahren hier effektiv bampers werden die auf dem jahrmarkt und so weiter die autos die man sogar fahren kann und haben sich rammt die kleinen kleinen karts mit dem man sich rammt wir haben die hessen hat den deutschen namen vergessen so was machen wir gerade effektiv unser wagen fährt sich nicht mal allzu gut wie man sieht aber ich lasse mich davon nicht abbringen noch jemanden zu finden und absolut in diese person reinzupressen wo haben wir denn jemanden da hallo fahrzeug zu fahrzeugkollision aber was schönes machen wir viel zu selten oder das machen wir viel zu selten so oder mir immer versucht abzuhauen hey weg da weg da weg der turnpix ich will ihn oder nicht im weißen wir machen ach wir verpassen ihn nein gibt es den überschlag rein ja auch noch das und jetzt auf felsen rauf einen harten crash kann man machen auch vielleicht nicht vielleicht nicht da es war okay einmal noch so gut das war natürlich nicht wollen wir in den pc mal reinkrachen neben dem weißen wir machen wir nicht gegründet müssen wir wissen wir machen wenn die nicht schon die question erfahren aber natürlich die lücke durch oh nein also wir den verpassen und es wird auch trotzdem ordentlich ihr habt das war ein ordentlicher crash und um den gold marsch auch noch zu crashen auf geht's wunderbar das ist mit heutigen folgen wie gesagt link ist unten in der video beschreibung wenn ihr jemand auch haben wollt wie immer wenn ihr mein wunsch habt schreibt mir unten in die kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen und lasst euch jetzt beim nächsten mal in der OIT-City Ciao